Karmelita 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 ihr aus dem Wege zu gehen, ihr aus dem Wege zu gehen. Hey Mama, was ist mit mir los? Frauen gegenüber bin ich willenlos, völlig willenlos. Selbst im Büro, im Damenklo, hab ich sie geliebt. Die Erika, die Barbara, erst recht die Marie. Ihr nehmt mal Natasche, sie kam aus nur wo sie bist. Wir tranken Wodka aus Flaschen, sie hätt' mich beinahe erwürgt. Sie hatte Stolz, gar keine Frage, ich schickte ihr euch den. Mann, ich war wirklich nicht in der Lage, ihr aus dem Wege zu gehen, ihr aus dem Wege zu gehen. Hey Mama, was ist mit mir los? Frauen gegenüber bin ich willenlos, völlig willenlos. Was ist mit mir los? 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 Was ist mit mir los?